Hallöchen und Willkommen zurück zu einer neuen Folge The Last of Us mit mir, Thomas und Playagender und ja, in der letzten Folge, da haben wir einiges auf die Fresse bekommen ach, das war total heftig, ich ok, Munition mussten wir auch wechseln, ich will gucken, ob wir Medikit machen können ja, da, Medikit herstellen, wäre sinnvoll da unsere Gesundheitsanzeige nicht so schnieke ist hä, wie denn, ach, R1 verdammt, ich wusste es doch ich hab schon wieder seit vier Tagen nicht mehr gespielt und deswegen muss ich wieder ein bisschen mit der Steuerung klarkommen so, weiter geht's Backsteine können wir gerade eigentlich nicht gebrauchen ja, die Waffe wäre sinnvoll ich schätze mal, hier geht's weiter, immer weiter nach oben und hoffen wir, dass wir nicht wieder diesen blöden Klickern begegnen, ich hab gar keinen Bock auf die Dinger Thema, hi YouTube jo, hi, was geht's passt doch perfekt jo ach, hier rüber okay XD ja man, ich hab's verstanden das Brett müssen wir hier irgendwie rüber bekommen ach hier, hab's verstanden, hab's verstanden, okay jetzt gehen wir mal ganz schnieke hier rüber, im übrigen mein Mikrofon ist mir gestern auf den Boden gefallen und jetzt hat es kleine Ausschläge ich hoffe, man hört es nicht ihr könnt mir auch mal unten in die Kommentare schreiben, ob der Ton sich irgendwie verändert hat hey, sei vorsichtig, wenn du drüber gehst das ist ein bisschen tsch und ist es das, was du dir erhofft hast? ich weiß noch nicht aber man, was für eine Aussicht kommt, hier lang hey, es geht weiter es ist fast geschafft heiß dich zusammen ja ma'am ja ja, am liebsten würde der Joel Ellie behalten ich auch sie ist cool ja, da sieht man schon das Rathaus wir müssen hier gucken könnt ihr nicht auf mich warten ich will gucken, ob hier irgendwas liegt nein, sieht nicht so aus ja warten ist wohl bei denen ein Fremdwort Frauen, was kannst du mal ja, dankeschön da hättest du auf einmal warten, ne ach nee ich soll suchen, was hier so oh, da liegt ein Toter er hat einige Dinge, die wir aufheben können Munition, geil Firefly-Befehle gucken wir uns einfach mal kurz an lesen Befehle Treffpunktbereich patrouillieren stellen sie sicher, dass keine Militärpräsenz in der Gegend herrscht bevor sie das Mädchen zum nächsten Unterschlupf bringen sie muss gut ernährt und bei bester Gesundheit sein ihre Sicherheit hat absolute Priorität ich schätze mal mit das Mädchen meint die Ellie da bin ich mir sogar relativ sicher und ich schätze mal, hier geht's hoch irgendwie, okay, dann müssen wir irgendwas holen was wir schieben könnten ich schätze mal die Mülltonne hier yo ich wusste es aus dem Weg aus dem Weg wir wollen niemanden verletzen kannst du mal dankeschön so weiter geht's ich hab das Gefühl dass hier irgendetwas ist die Musik bestätigt es ein Sumpf äh Sumpf sie kann nicht schwimmen okay gut dass Marlene euch gefunden hat was meinst du ich weiß, ihr werdet dafür bezahlt aber ich will nicht bedanken ja, kein Ding wieso sind die so schnell dort ist auch schon das Rathaus ja, ich kann wieder vorgehen, was nicht warten, aber ich soll vorgehen nein nein, nein und was machen wir jetzt? ouch was machst du da, Tess? oh Gott vielleicht haben sie sowas wie eine Karte oder irgendein Hinweis auf ihr Ziel wie weit soll das hier noch gehen? so weit wie es eben gehen muss wo ist dieses Labor? oh, ich weiß es nicht sie hat nur gesagt, es wäre irgendwo im Westen was machen wir hier? das geht uns nichts an was weißt du denn schon? über mich? ich weiß, dass du klüger bist als das ach ja? wir sind abscheuliche Menschen, Joel und zwar schon echt lange Zeit nein, wir sind Überlebende das ist die Chance es ist vorbei, Tess wir haben es versucht dann gehen wir nach Hause ich werde ich gehe nirgendwohin hier ist Endstation was? irgendwann musste es ja vorbei sein was erzählst du da? fass mich nicht an oh nein, scheiße sie ist infiziert hä? wann denn das? lass mal sehen ich wollte nicht zeig es mir hä? wann ist das passiert? ups, was? zeig mir deinen Arm das ist drei Wochen alt mein Biss ist eine Stunde alt und ist schon schlimmer das hier ist real, Joel du musst die Kleine zu Tommy bringen er kannte diese Leute er kennt bestimmt ob ihr versteckt oh nein, 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 nein du wolltest das hier ich mach das nicht mit doch, machst du hey, ich weiß ich bedeute dir genug dass du mir diesen letzten Wunsch nicht abschlagen kannst also bring sie zu Tommy oh shit oh Mist wir sind hier ich verschaffe euch Zeit aber ihr müsst hier weg was? wir sollen dich einfach hier lassen? das werde ich auf keinen Fall ich verwandle mich nicht in so ein Ding na los mach's mir nicht so schwer oh, ich kann kämpfen nein, geh einfach geh doch endlich Ellie tut mir leid ich, ich wollte das nicht los, beweg dich ist hier eine traurige Szene jetzt im Spiel aber ein Vorteil hat das wir dürfen Ellie behalten ja oh verdammt wie konnten wir das nur tun? stopp ohne uns stopp du bleibst nicht bei mir die dümmsten weg oh man sollten wir uns beeilen? ich glaube schon da kommt man vermutlich raus jetzt lauf einfach weiter hä, geht's hier oben lang oder auf der anderen Seite? das ist jetzt die Frage ist hier irgendwer? hoffe nicht oh oh fuck it andere Seite jetzt aber schnell was? nein wo geht's denn lang, man? ah, Ellie, komm mit mein Fehler oh scheiße ach, wie sollen die so austricksen? oh, Ellie ist tot fuck wir werden bald hier sein ist der blö, ah scheiße da geht's lang verdammt entweder wir müssen weg sag mal, sind die behindert im Kopf? ah, ist wahrscheinlich irgendein Backe oder sowas verdammt wie soll ich das jetzt anstellen? ich meine, da sind zwei Typen ah Hashtag YOLO warte, ich werde die Waffe wechseln haben wir noch einen Molotov Molotov fuck, können wir doch nicht herstellen, ne? Ellie Hashtag okay, die sind da drüben ja, ach was, Sherlock oh, wir sind sowas von tot, Mann tot ah, Ellie hilft doch irgendwie boxt die oder so ah, wir sind tot ja, wir sind, wir sind tot es hat sowieso keinen Sinn ah ich wusste nicht, dass wir da lang können Mann, aber auch menschliche Gegner verändern ihr Verhalten wenn sie bemerken dass du eine Waffe hast oh okay, ich weiß jetzt hier nichts wo es lang geht ah, fuck, aber auch schätzungsweise geht's da lang wir haben wirklich nur wenig Zeit um uns hier umzuschauen um okay doch nicht nimm doch die Tabletten, Mann die werden bald hier sein ist hier sonst noch irgendwo was wir haben wirklich kaum Zeit okay, okay es hat sich es hat sich auf jeden Fall gelohnt hier zu bleiben und jetzt können wir los ich will wirklich nicht länger hierbleiben und mich mit denen anlegen schätzungsweise hier rüber es hat gut geklappt uh alter eine neue Waffe nice one ein Jagdgewehr fuck ich muss mich jetzt total konzentrieren ich meine, wenn ich schon mal Klickern-Probleme habe allerdings sind die Menschen ein bisschen leichter zu erledigen wo ist der oh Gott was wir jetzt bräuchten ist ein Schalldämpfer hier oh verdammt die haben uns bemerkt Ellie, komm mit wow der kam aus dem Hinterhalt Ellie, danke oh die Kamera an sich ist wirklich kacke zu wechseln es kann auch nicht so schwer sein um hier zu boxen runter 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 wir sind tot wir sind sowas von tot oder ich muss mich verarzten nein, nicht herstellen nicht jetzt auf gar keinen Fall jetzt verarzte dich gucken ich weiß nicht ob wir die erledigen müssen ich glaub nicht wäre aber sinnvoll wenn wir das tun ich schätze mal dass die auch eine bestimmte KI haben okay kommt er zu uns kommt einer von hinten nein es scheint nicht so der ist da im Raum drin er kommt zu uns er kommt zu uns er kommt zu uns haben wir den erledigt okay weiter geht's ja ich würde sagen wir wechseln mal die Waffe wo ist mein Jagdgewehr so da na dann geht's hier runter ja oh fuck aber auch zu viele okay Ali must hear no risk no fun was ich hab gar keine Ahnung wie ich die erledigen soll das Problem ist auch die haben Schutzkleidung vorsichtig 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 der erste kommt da eventuell können wir ihn erwürgen ohne dass es die anderen merken Ali mach Platz mach Platz mach Platz ah man wieso sind die so viele oh ich hätte den Elsgeisel nehmen sollen ich vollidiot und ich bin tot oh ich kann das echt nicht ich hoffe ihr habt trotzdem ein bisschen Verständnis dass ich nicht der beste in diesem Spiel bin ich ah ok es kommt doch einer von links die kommen gleichzeitig das machen die wär's schlauer wenn wir ihn jetzt so erledigen mit der Schrot ja ich glaub schon alter muss die lange laden man oh da ist auch noch einer hiolo kommt einer von links von rechts amarsch das ist unfair headshot man hä ich hab den in den Kopf geschossen und der steht wieder ok das war dann fuck aber oh fuck ich bin wieder tot ich bin wieder sowas von tot man ah ok ich kann wirklich nicht aim lass mich in sicherheit gehen alter ne ich hab echt gar keine ahnung wie ich das angehen soll ich muss jetzt ganz klug überlegen wie wir das jetzt anstellen werden ich werde links rüber gehen zu viele habe ich gesehen einen werde ich hier erwürgen der kommt von links der muss von links kommen woanders kann er nicht herkommen sieh sheesh not bad Haben die uns gesehen? Fuck, ich glaube schon. Oh, wie soll ich das denn anstellen, Mann? Ich wollte ihn als Geisel nehmen, das hat wohl nicht so gut geklappt, was? Ja, ich habe eine Geisel, finde ich jetzt cool, ich bin jetzt sehr cool, was? Eine falsche Bewegung und er ist dran, ja. Was, Ellie? Ah, Mann, ey, ich habe ganz... Ich habe Ellie vergessen. Was ist denn los? Ja, ich bin tot, ich bin tot. Ich glaube, Leute, ich werde mal überspringen, wie ich das ja anstellen werde und wir sehen uns gleich wieder. Wobei, gestorben bin ich noch nicht, aber ich werde jetzt... Ja, ich bin jetzt tot. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, Leute. Ich glaube, einige konnte ich erledigen. Wie viel? Nicht viele. Überhaupt nicht viele. Zu wenig sogar. Ellie, komm zurück, komm zurück. Wir gehen wieder zu unserer... Farm-Position, sage ich mal so. Das hat eigentlich... Was machst du denn da? Meine Güte. Kommen die nicht zu uns? Wenn die nicht zu uns kommen, müssen wir wohl zu denen kommen. Im Übrigen habe ich die Mikrofon-Lautstärke ein bisschen runtergestellt. Es gab einige Ausschläge. Das wollen wir ja nicht. Oh, das ist... Okay, dann sind auch welche. Hier ist keine Tür. Okay, hier hinten haben wir schon mal alle erledigt. Das ist schon mal gut. Ich weiß aber nicht, wie viele genau hier sind. Zu viele. Ellie, mach Platz. Okay. Der eine kommt näher. Ja, wie viele sind es denn genau? Das wäre cool zu erfahren. Es sind nur zwei. Oh. Sieht schon gut aus. Trotzdem haben wir schon einiges vorhin eingesteckt. Und deswegen sollten wir nicht allzu sicher... Oh, drei sind es, oder? Nee, zwei? Hä? Ist der eine... Ach, zwei, okay. Hab's verstanden, hab's verstanden. Ich überlege, wie wir die am besten ausschalten könnten. Ähm, Arsch weitersuchen. Willst du mich verarschen? Ich würde das nicht so laut sagen, Mann. Ist der blöd da hinten? Ja, der ist ziemlich blöd, Alter. Ich erwürke seinen Kumpanen und er merkt es nicht. Ah, Möge. Wie sieht's aus? War's das? Oder sind die noch mehr? Oh, ich hoffe, das war's. Geht's hier lang? Glaub schon, oder? Jo, es geht tatsächlich da lang. Oh, no. Oh, oh. Oh, 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 oh. Wir sollten laufen, aber das schnell. Was ist denn jetzt schon wieder los? Oh, oh. Da würde ich auch sagen, das war's mit der heutigen Folge von The Last of Us. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020